Liebe Studierende, willkommen zur siebten Videoübung des Semesters zum Thema Kreisprozess. Wir betrachten in dieser Aufgabe einen reversiblen, dreistufigen Kreisprozess mit Stickstoff als Gas, das heißt ein zweiatomiges Molekül mit einer starren Verbindung. Die Prozessschritte sind, von 1 bis 2 gibt es eine isotherme Expansion. Man kennt am Punkt 1 das Volumen, den Druck und die Temperatur und am Punkt 2 kennt man zusätzlich das Volumen. 2 bis 3 wird mit einem isokoren Wärmeaustausch durchgeführt. Und von 3 zurück bis 1 wird der Kreisprozess mit einer adiabatischen Kompression geschlossen. Wir können somit den Kreisprozess im PV-Phasendiagramm bereits darstellen und eben die Frage A beantworten. Frage B Stickstoff ist ein zweiatomiges Molekül mit einer starren Verbindung. Somit hat es fünf Freiheitsgrade, drei Translations- und zwei Rotationsfreiheitsgrade. Wegen der starren Verbindung gibt es keine Vibrationsfreiheitsgrade. Der adiabaten Exponent Gamma als Funktion der Freiheitsgrade haben wir in der Vorlesung erarbeitet. Und Gamma ist gleich dem Verhältnis Freiheitsgrade plus 2 geteilt durch Freiheitsgrade. Und dies ist gleich im Fall des Stickstoffs 7,5. Wir können das Volumen V, den Druck P und die Temperatur T an allen Eckpunkten des Kreisprozesses mit den Angaben der Aufgabe jetzt bestimmen. Im Punkt 1 sind alle Zustandsvariablen aus der Aufgabe bekannt. Von 1 nach 2 bleibt die Temperatur konstant. Der Prozess ist isotherm. Somit kennen wir auch die Temperatur T2, die gleich T1 ist, nämlich 300 Grad Kelvin. Das Volumen V2 ist auch in der Aufgabenstellung gegeben. Es bleibt also noch den Druck P2 zu berechnen. Dazu benutzen wir die ideale Gasgleichung bei konstanter Temperatur. 1 und 2, beide Punkte, sind mit einem isothermen Prozess verbunden. Und wenn die Temperatur konstant ist, muss zwischen beiden Punkten folgendes gültig sein. P2 mal V2 muss gleich P1 mal V1. Und wenn wir jetzt diese Gleichung nach dem gesuchten Druck P2 lösen, das ist dann gleich P1 mal V1 geteilt durch V2. Das heißt, eine Funktion von bekannten Zustandsvariablen. Der Prozess von 2 nach 3 ist isokor. Also können wir sofort sagen, dass das Volumen V3 identisch mit dem Volumen V2 sein muss. Um den Druck P3 und die Temperatur T3 zu bestimmen, benutzen wir die Poisson-Gleichungen und den Adiabaten-Exponent von Teilaufgabe B, da beide Punkte 1 und 3 im PV-Phasendiagramm via einem adiabatischen Prozess verbunden sind. Wir wählen die Poisson-Gleichungen für die Druckvolumen- und Temperaturvolumenabhängigkeit. Das heißt, zwischen Punkten 1 und 3 können wir folgendes schreiben. Und auch T3 mal V3 hoch Gamma-1 muss identisch sein wie T1 mal V1 hoch Gamma-1. Und jetzt lösen wir beide Gleichungen nach den gesuchten Zustandsvariablen. Diese Gleichung nach P3, das ist dann gleich P1 mal V1 geteilt durch V3 hoch Gamma. Aber wir wissen, dass V3 gleich V2 ist, also das ist P1 mal V1 durch V2 hoch Gamma. Und in einer ähnlichen Art und Weise können wir jetzt T3 schreiben als T1 mal V1 geteilt durch V2 hoch Gamma-1. Das heißt, beide gesuchte Zustandsvariablen, P3 und T3, sind Funktionen von bekannten Parametern oder Größen der Aufgabe. Für die numerische Auswertungen bitte die Musterlösungen konsultieren. Frage D. Man soll anschließend die Entropieänderung des Gases für die verschiedenen Prozessschritte sowie während eines Durchlaufs des Kreisprozesses berechnen. Da es sich um einen reversiblen Kreisprozess handelt, wissen wir, dass alle Entropieänderungen während eines Durchlaufs sich zu Null addieren müssen. Das heißt, wir können schreiben, dass die Variation der totalen Entropie ist gleich der Summe der Variation der Entropie zwischen 1 und 2 plus die Variation der Entropie zwischen 2 und 3 plus die Variation der Entropie zwischen 3 und 1. Aber wegen der Reversibilität des gesamten Kreisprozesses, dies muss gleich Null sein. Der reversible adiabatische Prozessschritt hat keinen Wärmeaustausch, also ist dort die Entropie auch konstant. Das heißt, die Variation der sogenannten transportierten Entropie definiert via der reduzierten Wärme Delta S3,1 gleich Delta Q3,1 gedeicht durch T. Dies muss auch Null sein, weil eben der Prozess adiabatisch ist, das heißt Delta Q gleich Null ist. Dies bedeutet also, dass die Entropieänderungen der Isochoren und Isothermenprozessschritten sich gerade aufeben müssen. Wir können, wenn wir beide Gleichungen kombinieren, folgendes schreiben. Minus Delta S2,3 muss gleich sein wie Delta S, nämlich wie die Variation der Entropie zwischen 1 und 2. Es bleibt nur noch die Berechnung der Entropieänderung für den Isothermenprozess zu vollziehen. Die Formel haben wir in der Vorlesung bereits entwickelt. Das heißt, Delta S1,2 ist gleich der totalen reduzierten Wärme zwischen Punkte 1 und 2, das heißt Delta Q1,2 gedeicht durch T1 und explizit, dies ist gleich Stoffmenge als Anzahl Mole N mal allgemeine Gaskonstante mal Logarithmus von V2 gedeicht durch V1, weil eben es gibt zwischen 1 und 2 eine Isotherme Expansion zwischen beiden Volumen. Dazu betrachten wir noch die ideale Gasgleichung, sodass wir diese Formel so umschreiben können. N mal R, Anzahl Mole N mal allgemeine Gaskonstante, ist auch gleich P1 mal V1 gedeicht durch T1. Und dazu noch die Multiplikation mit Logarithmus von V2 gedeicht durch V1. Wie gesagt, es handelt sich hier um die Änderung der transportierten Entropie zwischen den Punkten 1 und 2 in Phasendiagramm. Es gab mit dieser Aufgabe eine passende Möglichkeit, einen typischen Kreisprozess und dessen Implikationen zu diskutieren. Dazu gab es auch noch die Anwendung der Poisson-Gleichungen für adiabatische Prozesse und eine Erfrischung des Konzeptes der Entropie. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die Aufmerksamkeit.